Jetzt kriegen wir unsere Upgrades Au, au, au Mit grünem Gel kannst du die Parameter einzelner Fähigkeiten verbessern Fertigkeiten Okay Au Und viel besser Lady, werde ich verrückt? Wie kommen Sie wieder? Ich warte auf Sie Wahnsinn Okay Gehen wir jetzt den jetzt mal dahinter, um zu upgraden Wahnsinn Mit der Injektion Spritze Die Herkunft des Medikamentes in der Riesensprache ist unbekannt, aber stellt etwas Gesundheit her Okay Inventar ausrüsten und benutzen Nice, 200 Fung mal eine Blutspiele Fung mal eine Blutspiele Ja klar, zerschlägt der Kisten Das sind die nicht Okay, hier haben wir schon mal eine Lampe Ich glaube der Typ ist keine so gute Idee, der stopft sich doch schon mit irgendeinem Zeug voll Nom, 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 nom Ja, da zieht er auch direkt schon die Waffe Ich hoffe, wir sind nicht gezwungen, den in die Fresse zu schießen Boah Ja, wir sind gezwungen Oh da Boah, der kommt schnell So Der ist nicht tot Drei Schüsse Drei Schüsse Okay, wir müssen super Spaß haben Drei Schüsse in den Kopf und dann stirbt er erstmal Wahnsinn Mein grünes Geh Guten alten Zombies sind natürlich auch wieder zurück Laterne benutzen Gerne Ey Das ist irgendwie Drahtsaal oder so Ich bin Polizist Kann ich dir helfen? Dir helfen? Scheiße Wie bringe ich dich denn nur ins Krankenhaus? Krankenhaus 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 Verdammt nochmal Vollarmen durchdrehen So, die wollen wir mal entschärfen Wir kriegen sogar Gegenstände dafür Fallenteile wären benötigt, um Bolzen für die Qualenarmenbrust herzustellen Nicht schlecht Okay Nähere dich ein am Bodenliegenden Gegner und drücke B, um ihn zu verbrennen Dafür brauchen wir Streichhölzer Wenn die gleichen Gegner nah genug sind, kannst du sie mit einem einzelnen Streichhölz verbrennen Neben Leichen und Gegnern gibt es noch weitere brennbare Dinge Jetzt sollten wir dran denken Na gut Da haben wir Streichhölzer Damit er nicht wieder aufsteht Na 1200 schon, da können wir ordentlich upgraden mit hoffe ich Weg ist er Scheibe Aha Ganz ruhig Mein Acapesi Tagebuch Ist ein Kultabzeichen Das ist sein Tagebuch. Was zum Henker ist das? Ach, wieder zurück in die Klinik. Halb so wild. Ich denke, wir kommen hier immer wieder hin zum Upgraden. Schießen kann ich auch. Ich weiß aber nicht, ob es was bringt. Ist ja auch egal. Wir tragen uns hier erstmal wieder ein. Dadurch speichern wir nämlich ganz nett. Drauf hier. So, da kommen wir der ganze Sache schon näher. So, Fitness, Waffen und Reserve. Okay, natürlich. Für mehr Munition, Granaten etc. Da können wir Waffen upgraden. Ich denke, für den Anfang Fitness. Lebensanzeige, maximale Sprintdauer. Oh, das könnte auch ziemlich wichtig werden. Spritzenwirkung, Knack am Schaden. Ich denke, wir sterben relativ schnell. Deshalb gehen wir mal hier auf Stufe 2. Oh, da brauche ich 2000 Punkte für. Das ist natürlich bitter. Hier brauche ich nur 1000. Ist egal. Das behalten wir alles. Spann noch ein bisschen und dann erhöhen wir die Lebensenergie. Hier kommen wir, schütze ich mal zurück. Sobald wir kranke Musik hören, müssen wir eigentlich Bescheid. Hier kann ich doch sicher was verbrennen. Oder? Das sieht mir total nach brennbarem Material aus. Aber geht nicht. Okay. 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 Kann ich mich nicht von hinten nähern? Warum soll ich Munition verschwenden? Ja, sag ich doch. Schön. Wollen wir noch öfter sehen. Das ist gar nicht so schlau. Hand einfach weiter. Die brauche ich nicht. Ja, meine. Das Abdeckungsmanöver ist nicht schlecht. Hey, seid ihr hier aus der Gegend? Ich habe keine Ahnung wo. Geh nicht weiter. 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 Fuck, was ist das für eine Macht? Stacheldraht spielt hier anscheinend eine ziemlich wichtige Rolle. Ich weiß nicht, durchs Haus. Erstmal ablenken. Der geht doch nicht mal dahin. Was ist mit dem los? Ich habe nur zwei Schuss. Ich bin so aufgeschmissen, wenn der mich kriegt. Wo ist der in der Rand? Sehr gut. Schon mal einen weniger, der mich sehen könnte. Hm, schade. Ich dachte, der dreht sich ein bisschen zur Wand. Das war doof. Jetzt ist mir die Frage, wie lange bleibt er da stehen? Irgendwie, wann dreht er sich sofort rum? Er spackt natürlich weiter ab. Ich weiß, es ist nicht mein Ziel, die auszuknipsen. Aber dennoch, desto weniger Augen, desto besser. Oh, ich habe vergessen, die zu verbrennen. Ich habe aber auch keine Streichhölzer. Shit. Ich hatte nur eins. Das ist natürlich mächtig doof. Ha, fünf. Okay, ganz schnell. Brenn, 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 brenn. Was ist der andere? Man kann nie wissen. Vielleicht stellen die auf, vielleicht stellen die nicht auf. Wie wäre es denn mit diesem Haufen? Was haben wir hier? Eine Notiz aus der Seegemeinde. Seit wann gibt es hier einen Leuchtturm am See? Stand der schon immer da? Das kreisende Licht streift mich, durchdringt mich. Ich habe das Gefühl, dass jeder mal etwas mitnimmt. Aber ich weiß nicht, was es ist. Diese Dinger, die sehen so aus, dass ich die verbrennen könnte. Naja, ist doch egal. Irgendwas hinten noch? Aha. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, hier ihn zu verbrennen. Aber ich tue es einfach mal. Ja, schön. Hier können wir uns verstecken. Haben wir nicht nötig. Haben die ja super abgelenkt. Ja, ich denke, das war es soweit. Oha, volle. Ich könnte Teile bekommen. Versuchen wir die doch zu entschärfen. Cool. Dann gehen wir mal hier weiter runter. こちら spelasen. Vielen Dank.